So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge MetalBlobSolid. Ähm... Wir sind hier in der nördlichen Hemisphäre. Und ich erzähle nur... Hey, geil. Nein. Nein. So, hier finde ich diese Lasergun sogar mal richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, alter. Ey, alter, die Lasergun ist voll cool, krass, fantastisch, fantastisch, äh, gigantisch. Wunderbar. Wunderbar. Scheiße, äh, äh, äh. Wunderbar. Das gab's irgendwo. Das war irgendein ganz kranker... Irgendein ganz kranker Shit war das. Eastern Passage is now accessible. Ah, ich fluch grad rum, das ist unmöglich. Ich fluch grad rum. Ich fluch grad rum. Huch, da geht's nicht weiter. So, weiter. Äh, 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 nein. So, die Lehm. Da hinten geht's einen Meter weiter. Oder zwei oder drei. Mal gucken. Nein. Ach komm, verreckt er. Jetzt hätte ich schon, wenn er wieder die Explosion erwischt. Und auf Wiedersehen. So. Denn jetzt ist die Ostpassage, Ost, Ost, Ost ist da, wo nicht West ist, Weste, zugänglich. Und dann gehen wir doch da mal einfach rein. Auf Wiedersehen. Au, 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 au. Autsch. Autsch. Ach, das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Äh, puh. Das war natürlich Humbug. Ichabe. Ichabe, dass immer killed. Oh, da war die Geschichte. Irrall. Ja. Oh, verreckter... Yo, dich wollt' ich! So! Genau! So, jetzt werden die alle nochmal zentriert und dann hüpfen wir da rüber! Bäm, bäm! Auf Wiedersehen! Äh, 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 äh! Boah, war argastisch! So, Dele! Vroom! Komm her, komm her! Bam! Also, ich erzähl' heute wieder nur Stuss, aber... ... 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 Tom und Jerry so was habe ich eigentlich im Inventar im Inventar habe ich nichts mehr aber ich habe ein Maschinengeböhre das finde ich gut wieder sehen wieder schauen wunderbar alter wo war wunderbar jetzt fange ich schon auch mit alter der auto hast du mal dein handy krasse konkrete schweiße auf die red keycard ok hier geht es ja gerade voll ab das ist richtig oh ja die spinnen da kann man auch wunderbar super und absolut genial ok hit kombos draus machen die spinnen die halten übelst was aus und wenn man die mit Maschinengewehr so ordentlich durchbrezelt dann gibt es da hit kombos bis zum abwinken das ist echt hammer so rote keycard war da und jetzt habe ich Luke gerettet wo geht es weiter ok ok also bloß bananensaft äh alter äh alter du kannst mich doch nicht voll hier aufs Maul hauen alter ok gut wir sind wieder vernünftig und unterhalten uns wieder ein bisschen seriöser und oh ein kleiner Waffenfetischist und versuchen hier einmal etwas Stimmung in die Bude zu bringen schaaaade so stammt so die jetzt die fahre fahre genau fahre fahre ist das neue deutsche Wort für schade was war das jetzt für ein Quatsch fahre fahre ist das neue deutsche Wort falls sie kein sth sprechen können dann nennen sie das doch einfach nur fahre 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 gibt es auch im sonderangebot mit pfeife mit pfeife na coole Sache nein ach stirb so äh köschen so äh wir gucken mal wo es da weiter geht auf wiedersehen es war noch schön sie kennen zu lernen so und dann ach hau doch auf jay so ähm fu ah fu dafür brauche ich natürlich äh wer sieht's wer sieht's wer sieht's granaten die ich hier jetzt natürlich nicht kriege oh das Brett ist auch nicht schlecht das Brett ist gut naja fast genau genau bam 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 so noch vier Boxen brauche ich dann gibt's einen Stopp boah war der schlecht äh Brezel und dann bin ich hier zurück so habe ich jetzt die Kiste aufgemacht hatte ich die Kiste nicht schon offen so ich bin grad wieder etwas orientierungslos aber das kennt ihr ja schon von mir ausgezeichnet so was wenn ich doch boah alter boah ne euch geht's gut oder ihr seid doch nicht mehr ganz ihr seid doch echt nicht mehr ganz knusper ey hallo jetzt will ich Maschinen gewährle was gleich klar ist ich weiß genau was ich von euch will und ich krieg's nicht joh genau das wollte ich ihr alter genau das ey alter so geht's direkt hier erstmal dann wird's hier um den Maschinengewehr äh Raketenwerfer fuzzi sich gekümmert so und jetzt wiedersehen naja super blazergern habe ich mitgenommen jerry sind ich hab gar nicht gebraucht mhm gut das ist die Geschichte äh da will ich jetzt eigentlich noch nicht rein ich will eigentlich erst noch ein bisschen die Höhle erkunden oh puh ey alter das ach wirst du mich ver äppeln oder was aus die die eine die 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 So, da fehlt noch eine. Eine, eine. So, dann müssen wir da weiter gucken und nach Maschinengewehren suchen. Denn eigentlich... Klingt so richtig gerade. Wunderbar! Neh, mich will... Zor? Ich würde echt interessieren, woher die so wunderbar sind. Das könnte Zor sein. Das klingt nach Zor. Äh, ja. Ey, auch kein schlechter Plan. Das redet dann sowieso nicht. Yo. Kirschen habe ich eigentlich gerade gar nicht nötig. Jetzt gleich wieder, wenn ich das so sag. Äh, wie viele Miya's brauche ich denn eigentlich noch? Miya's brauche ich noch einen. Exit und Dings. Die sind beide jeweils optional. Das heißt, ich hole doch jetzt den letzten Miya. Ich habe jetzt eine Spreadgun. Ja, Spreadgun. Ja, um die kümmerle ich mich auf dem Rückweg. Ich will jetzt nämlich hier den letzten Miya holen. Dann, wo geht denn dann der Telepoten? Bam, bam, bam. Puh. Ausgezeichnet. Hey. Guck, ich kann da in der Lava stehen. Offensichtlich nicht. Gut, offensichtlich kann ich nur manchmal in der Lava stehen. Nämlich dann, wenn ich die Lava richtig treffe. So, Dillen. Jetzt kann ich hier die Leute mitnehmen. Ah. Hm, Maschinengewehr. Da sage ich doch nicht nein. Doch. Genau, da sage ich doch. Und dann geht es hier wieder ab. Wähle ich jetzt natürlich irgendwelche komischen Viecher die Viechern muss. Ja, das war gut zu wissen. Aber hier muss ich jetzt ganz schnell durch, weil ich unter Wasser nicht schießen kann. Gibt es irgendwas? Ja, hier gibt es was. Gibt es hier was? Ja, hier gibt es auch was. Ah, Schnauze. Okay, das ist mir jetzt... Ah, hau doch ab! So, da gibt es ja gerade Kirschen bis zum Abwinken. Das finde ich ja fast gut. Na. Du hattest deine Chance. Den lasse ich jetzt einfach leben. Gibt es hier noch eine Kirsche? Ausgezeichnet. Und ich bin wieder voll. Ach ja. Ach ja. Wir haben schon wiederum die Zeit, wie es zum Ausgang geht. Das sehen wir in der nächsten Folge, hoffentlich. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ein tolles Leben. Bis morgen. Auf Wiedersehen.